Friedrich Christoph Pertes war ein deutscher Buchhändler und Verleger. Das Wirkung dieser neben Johann Friedrich Gotthard und Friedrich Arnold Brockhaus wohl markantesten Verlegerpersönlichkeit der Goethe-Zeit wird heute in erster Linie mit der Neuorganisation des deutschen Buchhandels, darunter der Gründung des Börsenvereins, in Verbindung gebracht. Mindestens ebenso bedeutsam war jedoch seine Tätigkeit aus wissenschaftsgeschichtlicher Sicht. Mit groß angelegten Buch- und Zeitschriftenprojekten bot er zahlreichen jüngeren Wissenschaftlern, vor allem Theologen und Historikern, optimale Ausgangsbedingungen zum innerfachlichen Aufstieg und zur Steigerung des öffentlichen Ansehens leben. Seine Vorfahren standen väterlicher wie mütterlicherseits als Beamte im Dienst der Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt. Friedrich Pertes folgte jedoch dem Vorbild seines Onkels, des guter Verlagsbuchhändlers Justus Pertes. Und trat 1787 eine Lehre beim Leipziger Verlagsbuchhändler Adam Friedrich Böhme an. Im Jahr 1793 nahm ihn Benjamin Hoffmann in Hamburg als Gehilfe in seine Buchhandlung auf. Dieser Wechsel nach Hamburg brachte Friedrich Pertes die entscheidenden Impulse für sein weiteres Leben. Zunächst erwies sich der Kontakt zum Freundeskreis um Johann Michael Spekter und Daniel Rungen als ausschlaggebend, wo ihm das aufklärerische Denken Kanz, Herders und Schillers nähergebracht wurde. Nicht zuletzt die guten Beziehungen zu den Hamburger Kaufmannsfamilien ermöglichten Pertes am 11. Juli 1796 die Gründung der ersten reinen Sortimentsbuchhandlung in Hamburg. Das Geschäft befand sich seit 1805 am Jungfernstieg Nummer 22 und zeichnete sich vor allem durch kundenfreundliche Innovationen wie das Angebot fertig gebundener Bücher in Regalen, Sitzmöglichkeiten und Schaufensterauslagen aus. Obwohl sie in Folge des wirtschaftlichen Niedergangs Hamburgs seit 1799 schwere Umsatzeinbußen hinnehmen mussten, konnten Pertes und sein 1799 beigetretener Teilhaber und Schwager Johann Heinrich Besser das Geschäft dank Aufnahme eigener Verlagsprojekte sowie der finanziellen Intervention Hamburger und Leipziger Freunde und Adliger Gönner aus dem Umkreis von Matthias Claudius stabilisieren und seit 1811 sogar ausweiten. Die Bekanntschaft zu Claudius war Pertes durch den Philosophen Friedrich Heinrich Jacobi vermittelt worden, sie führte schließlich sogar dazu, dass Pertes 1797 in Wandsbek Claudius Tochter Caroline Ilsa beheiratete. Der daraus erwachsene intensive Kontakt mit den befreundeten Adelskreisen in Emckendorf und Münster bewirkte einen tiefgreifenden Wandel in Pertes. Denken, der Wunsch nach einer langsamen Reform der Gesellschaft auf der Basis eines konfessionsübergreifenden Christentums trat in den Vordergrund. Diese Umorientierung spiegelt sich auch im Verlagsprogramm wieder. Die wichtigsten Autoren der ersten Jahre, darunter Matthias Claudius mit den letzten Teilen seiner Werkhausgabe, Friedrich Wilhelm Schelling mit »Von der Weltseele« sowie Friedrich Leopold »Graf von Stolberg« mit der »Geschichte der Religion Jesu Christi« gehörten diesen christlich-konservativen Kreisen an. Die Siege Napoleons über Österreich und Preußen und die anschließende Besetzung Hamburgs Ende 1806 empfand Pertes als politische Katastrophe. Sein Wunsch, den deutschen Intellektuellen in ihrem staatenübergreifenden Widerstand gegen das dominante Frankreich eine Diskussionsplattform bereitzustellen, mündete 1810 Elftel in das Zeitschriftenprojekt »Vaterländisches Museum« ein, an dem U.A. Friedrich Schlegel, Josef Görres und Jean-Paul teilnahmen. Nach dem Scheitern des Russland-Feldzugs übernahm Friedrich Pertes leitende Funktionen in der Bürgergarde und beteiligte sich aktiv an der Vertreibung der französischen Besatzung im März 1813. Die zeitweilige Rückeroberung Hamburgs zwangen ihn und seine Familie zur Flucht. Das Geschäft wurde mit allen Waren konfisziert. Die intensive militärisch-politische Zusammenarbeit mit Ferdinand Bennecke, Karl Sieveking und Karl Georg Körzius gipfelte im August 1813 in der Bildung des hanseatischen Direktoriums eine Art Exilregierung, in der Hamburgs Interessen gegenüber den Verbündeten vertreten wurden. Friedrich Pertes setzte sich für die Bildung eines an die alte Hanse anknüpfenden norddeutschen Staatenbundes ein, um die Unabhängigkeit der Städte zu sichern. Ebenfalls untrennbar verbunden mit den Verhandlungen des Wiener Kongresses war die 1816 anonym herausgegebene Schrift der deutsche Buchhandel als Bedingung des Daseins seiner deutschen Literatur. Hier leitete Pertes aus der zentralen Bedeutung von Wissenschaft und Literatur für die Identität der Deutschen die Notwendigkeit eines wirksamen Verlagsrechts ab. In den folgenden Jahren engagierte sich Friedrich Pertes im Rahmen der Erweckungsbewegung an führender Stelle in der hamburgisch-altomischen Bibelgesellschaft. Nach dem Tod seiner ersten Frau Karoline verließ er im März 1822 Hamburg und siedelte mit seinen jüngsten Kindern nach Gotha zu seiner seit 1818 mit Wilhelm Pertes verheirateten Tochter Agnes Marie über, wo er sich 1825 mit der verwitweten Charlotte Hornbostel, Geb, Becker, verheiratete. Aus dieser Ehe gingen vier Kinder hervor. Im Zuge dieser Veränderung überließ er seinem Teilhaber die Sortimentsbuchhandlung Pertes und M. Besser, blieb jedoch zeichnungsberechtigt und übernahm den Großteil der Verlagsartikel. Gleichzeitig schädigte die Auseinandersetzung mit dem Rationalisten Johann Heinrich Woss. In dessen Verlauf sich viele liberale Intellektuelle von ihm abwandten, sein öffentliches Ansehen. Die äußerst schmerzhaften Erfahrungen bewirkte Pertes' Abkehr von der publizistischen Wirksamkeit zugunsten einer indirekten Einflussnahme über die Förderung der Geisteswissenschaften. Folgerichtig unterstützte er die Bestrebungen zur Gründung eines historischen Vereins in Hamburg und baute in Gotha einen neuen Verlag auf. Hier erschienen seit 1828 die Theologischen Studien und Kritiken, seit 1829 die Geschichte der europäischen Staaten und 1832 die historisch-politische Zeitschrift. Nachdem bereits 1840 die Einbeziehung des Sohnes Andreas in das Geschäft erfolgte, blieb der 1854 in Friedrich Andreas Pertes' umbenannte Verlag bis 1890 in Familienbesitz und wurde 1937 aufgelöst. Die Buchhandlung ging nach dem endgültigen Austritt von Friedrich Pertes im 1836 an die Erben von Johann Heinrich Besser und firmierte unter Pertes. Besser und Mauke, Pertes fand seine letzte Ruhestätte auf dem Gotha Friedhof II, das Grab ist heute jedoch nicht mehr erhalten. Veröffentlichungen Der deutsche Buchhandel als Bedingung des Dasseins einer deutschen Literatur. An Franz Warentrapp als Handschrift mitgeteilt. Pertes, Gota 1816. Seitdem ständig wieder aufgelegt. Neuausgabe als Der deutsche Buchhandel als Bedingung des Dasseins einer deutschen Literatur. Mit einem Nachwort unter SG. 3. Untertitelung des ZDF, 2020